Ja, hey ho Leute, hier ist wieder Shadowfang 2K7, diesmal mit einem Mario-Spiel, und es ist nicht mein Mario-Spiel, oder es ist mein Mario-Spiel? Ne, nicht ganz. Ja, ne, nicht ganz, ich hab nicht mal... Vorschau! Haha. Fick dich Intro. Nein, nein, da kommen wir gleich zu, fick dich. Ja, mal mit etwas ganz anderem, nämlich einem Let's Play Together, aber diesmal hautnah mit einem Partner an meiner Seite, deswegen hoffe ich, dass alles zu hören ist und bla, ja, ne? Und hoffen wir doch. Stell doch mal vor, damit du auch ein bisschen Publicity bekommst. Playboy Freak. Genau, auf YouTube bekannt, und naja, schön, der Standortort zwei Drücken, aber mit dem Stolkreuz geht's auch. Es geht alles. Da steht auch Motor Drücken, startet, ich drücke an, es geht trotzdem, Micah. Auf jeden Fall New Super Mario Bros für Wii, die Scheiß-Version, der ist besser, egal. Die könnten auch einfach schreiben, drücken Knopf. Er drückt den Knopf, genau, okay, eins. Ne, die Lanter, zwei, zwei, genau. Mit dem Original, ja, natürlich mit Luigi, mit dem Cooler, aber wenn nimmt, wenn ich schon freiwillig ein Pilz, echt mal, Toad, 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 da ist immer nur, ja. Genau, und jetzt können wir uns das Intro angucken. Jetzt können wir uns angucken. Für euch sogar auf Deutsch gestellt. Extra. Heute ist Prinzessin Peaks Geburtstag. Und schaut euch das an, da sind unsere zwei neuen Kostüme, die ich sowas von nicht abkann. Und ne Torte. Die ne Falle ist, denke ich mal. Ja, guck, da ist schon los. Oh mein Gott, Dick Cooper Brothers. In Farbe, in Farbe. Ja genau, hau ab. Das war ich zufällige Weise, das Schiff von Regenbogenraserei oder ne, das war ein bisschen anders, ne? Also von Regenbogenraserei ist auch Baulaufschiff. Das hatte Flügel, das ist ein Ring. Ja, jetzt verschieben sich erstmal die Geschenke, die Power-Ups in alle Welten, ne? Ja, das ist so. Weil die müssen ja das Spiel updaten. Boom, Platz. Sag ich ja, die tun das Spiel updaten. Ja. Die Hinterbeiden, die können jetzt erstmal hinfallen und zurückbleiben. Na egal. Nur die Kommune. Ich denke, ihr kennt alle Super Mario Brothers durch die Welt rachen und gut ist. Ja, ist gut. Oh, guck mal, man sieht immer den EG. EG. Fragen mich nicht nach den Namen, die weiß ich nicht. EG kenn ich jetzt, EG muss sie kennen. Ja, ich kenne auch Ludwig van Cooper, den musst du auch kennen. Nummer 4. Ne, egal. Zeichne, wer ist das immer, wenn ich wirklich. Das ist der, der wie Ludwig van Beethoven aussieht. Der Komponist. Letziger, Beethoven, Beethoven, Kinn. Drehsprung. Ist B, für welche weiß ich? Strenger, Sprenger, 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 Sprenger. Ach Gott, nee, was ist für eine Dreckssteuerung? Egal. Wenn du eins gedrückt hältst, dann rennst du. Bärmsen. Geht aus dem Power-Up drin? Ja. 2. Ach, komm, ich muss mal das neue. Ich hole mal den Dreh. Wuhu. Und dann weiter. Ach, mehr geht nicht. Nee. Wuhu. Ich fliege, ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Geil. Ablass. Der DDD-DDD. Sammelweitssternlern. So gut es geht. So gut es geht. Also aber auch nicht extra. Nicht alles einsammeln. Ach ja, ich weiß, Peace. Jetzt musst du das einsammeln. Das komme ich da nicht mehr dran. Doch. Ich komme da nicht dran. Schüttel, wie? Was war? Na, du hast, glaube ich, 2 oder minus gedrückt. Schüttel, da kommst du zu mir. was habe ich wenn du wenn du Minus drückst jetzt nicht drücken ich habe es nicht gedrückt selbst muss irgendwie so ja es ist so ist so eine Art die ganze Taste drücken dann geht es in diesem diese Blase verließ zwar kein Leben und auch kein Power-up auch kein Power-up aber wenn wir beide in der Blase sind es ist klar ist klar ich bin dabei ja ich kenne das schon ich glaube wir haben schon eine Münze verpasst glaube ich natürlich noch nicht danke immer wieder gerne gerne mal den Panzer mit den kann man so schön von Missbrauchung als Schutz ja genau das passt schon dass den Goomba mal im Leben oder schmeißen Panser Marien das schön totlich Panzer Blut jawohl wir können sich als Sprung brett verwenden wir können so ziemlich alles was ich weiß jetzt weiß ich warum ein Kumpel denn ja ich kann mich auch tragen ich könnte dich jetzt kaltblütig da reinschmeißen das würde mich töten oder eigentlich müsste ja die töten weil ich ja geschlossen Karl Mayer hält ich will die Kuba Schau mit den Kupf ja ich brauche doch ein paar auch auch das ist Mist da ist ein paar Sekunden Ego an einer kommenden Gerhard Jörg wenn du da durch die Saison eines Kampfs hat man kann auch die Natur rutschen das muss ich nämlich ja wohl erste ja das war der erste Alter noch nichts kann man nicht schneller fallen irgendwie auch kommen wenn du stürzt und dann runter ich glaube hier ist keine regner münzen ich glaube da gibt es rote münzen ja sammeln so ein ich versuche noch punkte zusammen es gibt neben leben leben da hinten so einst ja aber das danke die däden das hat natürlich doch keiner gehört weil es kommt aus dem ihm und das geräusch vielleicht haben es doch gehört ich weiß nicht nicht schon wieder auf der dorf ich gehe ich hier direkt rein weil das dort macht den langen halt nein 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 scheiß dort das er war dann tot gewesen ja ich weiß ja lass mich mal weiter im wohnen schabt okay jawohl nur zwei ich sage ja man kann auch kombinieren wenn du wenn du strengst springer und ich dir entgegen springen kann man das so kombinieren kann und man muss ein Moment selbst Wortschatz machen oder was mit dem Wortschatz machen oder was ne aber wenn ich springe und du gehen mir entgegendsprenz kann man höchst erster was soll ihm hier oder was rückwärts in Höhe zuvor auch noch backtracking machen das gibt es ja noch alles neidus klarer in diesem Wissen liegt diesen Leben drinnen zusammen oder so ist Prozent der coolere Bravo also du nein war hier was Leben da lässt sich immer verarschen dann nämlich die 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 ja ja stirbt wenn der mich getroffen hätte ich hätte ich umgebracht mein Ziel 5.000 5.000 ist höchst und ich habe noch 4.000 in meinem Leben ja klar ich hab's jetzt das war geil der K1 abgeschlossen und drei Münzen das heißt wir brauchen noch drei schluss ne 5.000 für das Pilzhaus ne glaube ich 5.000 wenn man zum Pilzhaus kommen dann ist frei muss auch keine Münze die Münze sind einzig und allein da wenn man zum Schloss geht kann man sich die kann man Videos sich angucken wie gut die Programmierer es geschafft hat wozu sie nennen ich dachte aber in der DS-version sind sie da um Pilzhäuser zu öffnen und zu speichern und blau ne hier sind sie sind sie noch da um die Zusatzwelt freizuschalten ah Super Mario Lost Levels blau ne items items kann man items kaufen oder so items kann man nehmen wir haben jetzt gerade keine bis auf das was wir haben also wenn wir in dem Haus in den Pilzhaus sind was als nächstes kommt ja können wir dann die items da speichern wenn man da klein sind kann man Power brauchen können wir das nutzen weiter ja klar warum kann ich das gar nicht machen kann ich auch noch keine Zeit nein ich kann mich nicht bewegen haben wir haben leider keine Zeit nicht wirklich vielleicht schauen wir doch in vier stunden so durch eigentlich eigentlich ist ein Mario Spiel eigentlich muss möglich sein oh ja ich liebe underground Level irgendwie gibt es hier nicht der erste ja hier gibt es auch ja da ist eine Frostblume drin das weiß ich noch ja Frostblume hat kommen ja ja stimmt auch alle zusammen kann ich den nicht noch kann ich nicht doch alle gleich kaputt aber das kaputt man kann es auch nehmen mit eins und kann ich nicht doch mit eins und wie ich wie umaut schütteln was da kannst du nehmen dann gehst du hin dann gehst du hin warte ich dritte 1 drücken und dann schütteln dann kannst du sie aufnehmen also und dann stammt trotzdem in so etwas gut die sterben auf jeden Fall nein die sterben doch nicht die Wann nur irgendwo anders interpretiert Paul Block Paul Block Paul Block hebt ihn mal auf in der schönen für die Gegner sind ja ich helfe mal auf was zur Hölle das sind wir dran bekommen ja die man sich klingeln runter das Problem wie ist das denn ja Drehsprung nein Fries ja da kann man auch draufstehen die Netze nicht kaputt machen müssen werden wir hier sind Münzen das hätten wir dann leichter haben können aber jetzt ist ein Kuba Schärf so ich hab keine kein Power mehr doch Pilz normaler jetzt so schön großer Pilz hast du doch noch vorher nach dem der das finde ich gut das ist wie bei Super Mario Land 2 da bist du nicht gleich klein geworden sondern du hast erst dein Power Up verloren und brauchst nur noch große Mario ja das ist doch kurzer hier das stimmt Dinge ne wird erklärt ja jetzt musst du das machen ich warte auf dich ey was wenn ich jetzt reingehen würde und du nicht rechtzeitig da wärst ja dann war sowieso weg dann würde würdest du mitkommen einfach mitgezogen ähm ist das ein Rätsel halt ich werde da ist ein piecemisch drin ne doch da ist ein piecemisch der ist aber auch für Münzenumwandlung oder ja darum sind die Blöcke Blöcke hier glaube ich nämlich sterben ich glaube du würdest müsstest mitkommen sonst komm an ne nicht ganz ah fuck ich bleibe oben ich bleibe oben oh halt ich habe immer mehr sorry jetzt habe ich eine Münze versaut und dann macht das der Wester muss sich gegenseitig man kann sich nur gegenseitig im Würstensmode wehtun mit Special Effects ne auch verdammt was mache ich denn sollte ich dran ja ja ich will na gut du du standst gerade so schön doch ja schön dank für nix kann man sich auch online spielen ne das kann man nur ich glaube nicht fuck weil dann könnte man ja weiter level up ne ne ja mach du mal kannst du was machst denn du ja ich weiß ein Ehlender Gummer kannst du mir schnell hintereinander folgen wie das die Gegner das soll ja du warst ja ja leben scheiße einfach passt ja können wir mal zurück eine stellen wir zum Wasser noch die ist in der röhrische annehmen ist da genau kannst du mir eben groß bei er ist die beiden groß wir müssen dadurch oder wir müssen darunter und dann nur irgendwie ah genau das ja das problem ist wie macht man da war schon ja genau was mit dem pausen machen weil man muss ja eigentlich reitere ich auch alleine schaffen schiederei das ist wirklich ja was denkst du wie lange ich da gesessen habe bis ich das noch rausgefunden hat noch kommen paublox ist doch kein problem nein paublox nur zu mir aber ich habe nicht gewusst dass die bundesmaßnahmen nur ein bisschen mehr an zu bekommen vielleicht ich habe nicht gewusst dass die münze aus dem bildschirm rausfällt